Mein Job möchte ich niemals mit irgendjemandem tauschen. Das ist definitiv mein Traumjob. Seitdem ich mich für den Leistungssport entschieden habe, war es immer so, einmal zu den olympischen Spielen gekommen. Ich habe Kira gesagt, sie wird den drei besten Spielern der Welt werden. Das ist nicht my other half, my better half. Steht ihr? Auf was man alles verzichten muss. Wir sind einfach mal fast 250 Tage im Jahr unterwegs. Wir wussten von Anfang an, dass es ein steiniger Weg wird, aber wir haben uns dafür entschieden. Und deswegen gehen wir weiter an. Mit dem Knie fürs Alter oder mit dem Knie für Olympia. Nachs Montag? Nein! Es ist halt wirklich eine schwere Zeiteinbau und die sind immer alle für uns da. Wenn ich mit ihr darüber gesprochen habe, hat sie immer von Gold gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, es sind heute fertig. Und wir haben das ein kleines Glocken. Das war die Wissenschaften. Und es ist halt wirklich ein kleines Glocken. Aber in der Anschluss, wir sitzen hier. Und da haben wir das gemacht. Und wir haben das Ganze verèmert. Untertitelung des ZDF, 2020